Sie sind uns noch eine Antwort schuldig vom letzten Mal. Können Sie sich gut sehen, wenn Sie sich in der Tagesschau-Abend sehen? Es kommt auf meinen derzeitigen Gewichtszustand an. Und jetzt? Und aktuell? Und jetzt? Aktuell? Jetzt geht's gerade. Jetzt geht's gerade. Ach, das hängt nur am Gewicht. Es ist nicht so, dass Sie Ihre Gesichtsausdrücke manchmal komisch finden oder Ihre Stimme nicht richtig gut finden. Ich sehe mich ja nicht in der Sekunde, bevor ich über der Kamera bin. Meine Frau sagt, warum ich immer so ernst gucken würde. Sie hat auch schlimmere Ausdrücke, die sage ich jetzt aber nicht. Okay. Oh, schade. Ich kann es ja sagen. Sie sagt, warum guckst du immer wie so eine Bulldogge in einer Talkshow? Ich sage, ich bin, der guckt gar nicht so. Doch, und dann beschimpft die mich. Ich soll mir noch ein Geständnis machen, warum ich eigentlich heute nicht hätte kommen sollen. Sagen Sie. Ich sage, ich gehe heute zu einer Sendung mit Giovanni Di Lorenzo und sie sagt wieder zu mir, dass sie früher auf Sie gestanden hätte. Und da habe ich ehrlich gesagt gesagt... Ich habe auch gemerkt, da war irgendwie ein bisschen was aggressiver. Erstens finde ich, musst du mir das nicht sagen. Ich finde, das muss sie mir auch nicht sagen. Aber gut. Und dann habe ich die ganze Zeit gegrübelt auf der Zugfahrt, wo eigentlich die Ähnlichkeiten bestehen. Und scheinbar hat sie sehr unterschiedliche geschickt. Aber darf ich Ihnen jetzt von Herzen zu Ihrer Frau gratulieren? Vielen Dank. Vielen Dank.